Musik Ich mache alles klar. Ich habe zwei, drei Wochen, ich habe einen kleinen Ausgang, ich habe einen ganz anderen, ich habe den Songbeilter erzählt. Ich habe den Songbeilter erzählt. und Vielen Dank. Ja, das ist halt auch nicht so. Das war's für heute. Ja, und dann, wo wir die Karte haben. Wow! Ja, ja. Eben, am Dienstag waren wir auch ein paar Tage, waren wir mit Essen zusammen. Und, ja. Und, das ist perfekt, irgendwie. Ja, das ist eigentlich Deutschland, weil die Maske, das ist ein wenig, die haben die Garten, die ist viel nicht zufrieden. Ja, das ist auch geil. Ja, das kann ich ausdrücken. Die kann läuft, die kann auch immer läuft, aber die kann auch nicht immer wieder gehen. Aber nicht immer dann verhaften, sondern allein. Und das kann man ja erkennen, weil er das auch. Die kann man ja auch nicht. Aber die kann man ja auch nicht. Die kann man ja auch nicht. Also, dass man halt mit jemandem nicht hat, wie es auch immer läuft. Dann müssen wir ja schon sein, gerade acht gängig. Das ist immer wieder auf der Seite. Ja. Ja, ja, ich bin ganz viel reingesend. 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 Aber dann haben wir nicht so mega die Regeln. Ich bin nur mit einer Person. Brabo, danke. Und irgendwann wird es dann gelockert, das ist ein Arm-Log-Fall. Das ist ja ein Bremskrumpel. Ich wollte nur nicht so viel reingesend. Das ist ja ein Bremskrumpel. Das ist ja auch ein Bremskrumpel. Ich bin ganz viel reingesend. Jetzt haben wir noch mal ein bisschen geholfen. Das ist ja ein Bremskrumpel, aber wir sehen ja in der Rolle. Ja, wir müssen die Hände schon mal auf dem Modell. Wir haben den Ballskrumpel. Und dann haben wir die Hände schon mal geschlossen. Ja, da haben wir auch noch ein Bremskrumpel. Das war der Bremskrumpel. Wir haben den Ballskrumpel. Wir waren jetzt alle bei dem Team. Ich sag mal, die Anfängerung von der Haust, dass sie das dann in den Kauf nehmen, dass sie, wenn sie hier in der Stadt dann nicht aufgemacht haben, was sie dann dabei machen, was sie dann bei uns machen. Ja, das ist ein paar Jahre, das ist ein Nachhaltung, das ist ein paar Kilometer, das ist ja, wobei ich war. Letzte Woche um uns vor jedem Jahr abzustimmen, war ich erst von Ingo mit aufgereiht, der ist ja ein Schöpfungsstrainer und hat nun das ja auch. Und wir haben ja auch ein Schöpfungsstrainer, weil sonst wirst der Zeit nicht mehr unterhalten. Und so muss ein Kilo vielleicht nicht mehr in zwei Wochen. Aber leider, leider. Ich sag mal, ich kann einfach sogar noch nicht mehr, aber besser wird es ja auch gemacht. Heute haben wir in Hamburg schon etwas zugenommen. Mit einer Sitzung, mit einer Sitzung, mit einer Sitzung, mit einer Sitzung. Das war's. Wärten wir das nur warten? Damit wir so voll am Blase ein... ...und so viel laufen das ist ja auch einfach... ...und dann noch viel sprechen... Ja... Wenn wir sagen, dass wir nicht mehr haben, weil das ist ja so viel laufen, und es sind eine Wochenende, aber es wäre nur noch nicht so schön wie alles konnte... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020